Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde Mario Party Ich bin gespannt, ob wir heute mal wieder in die Top 3 kommen Ich denke mal eher fast nein Wenn wir so weiterwürfen, auf keinen Fall Ich bin mal gespannt, was das erste Spiel ist Ich hoffe, bestimmt ist es Wettrennen Es wäre sehr schön Bei meinem Glück natürlich nicht Mal schauen, es wird gespielt One in the chamber Oh mein Gott Das wird lustig Wir haben doch bestimmt wieder keinen Klick So, gleich mal das nicht mehr Ja, geklickt Ja, geklickt Oh, scheiße, es ist so einig Oh, das ist mein Internet Verde mal ein bisschen tot Hier war er wieder tot Nein Komm her Tot, okay Tot Eh, wir sind sogar erster Nein Nein, die Bogen Das ist klar Ich hab den aber auch gekriegt Oh nein Ja, oh nein Ich hab mir den gerade so schlecht verschockt Wir sind noch aktuell erster Das ist ganz gut Nicht mehr Oh, das war knapp Oh, das war knapp Oh, ich muss mich da treffen Nein, scheinbar nicht So Okay Es bleibt keiner Nein Oh, wir sind da auf dem dritten Ja, das war klar Das war klar Dass er uns mit dem Bogen hat Fünfter Platz Nein Okay Okay Das war keine gute Runde Aber das sollte auch kein Problem sein Vielleicht haben wir jetzt mal Glück im Würfel Ich würde mich so gerne auf eine 6 freuen Ich hab drei Tag Könnte durchaus sein Das ist doch schon mehr als fies Okay, wir belegen Denn Uh Nein, nicht mal so So schlecht Der fünften Platz 36 Der erste ist auf 28 Okay Es wird gespielt Oh nein Oh yeah Jump and run Nichts wieder So Kommt, wir wollen wenigstens in die Top 3 kommen So schlecht ist Sind wir ja nur ohne So Los, Top 3 muss machbar sein Wie war das? Okay Das war wohl nichts Okay Der 16. Platz war gerade nicht unser Aber wir würden da fällt eine Eine 6 Einmal eine Stunde 4 So Aber nicht wirklich Also Das wird heute definitiv nicht unser Match Denn wir sind auf dem 8. Platz Na ja Aber immer noch weiter vorne 9 Okay Und jetzt wird bitte was vernünftig Ich sag dir was vernünftiges Ach, wieso habe ich heute kein Glück Wieder mal Na ja Ich hoffe langsam Sie sich die Soundprobleme behoben Ich bin aber zum blitterten Wo zu finden Okay, gewonnen So ein Fall Immerhin sind wir nicht in der ersten Runde ausgeschieden Das ist schon ganz gut Ich weiß, wo bleibt man? Wo kommen Boote runter? Beziehungsweise sind ja lohn Sag hier Nein Danke Okay Das war eng Okay, kommt jetzt rum Ich bin ausgeschieden Juhu Ich hasse dieses Spiel Und wir würfeln eine Drei Was ist los? Jetzt muss aber bitte gleich ein vernünftiges Spiel kommen Sonst sind wir so am Arsch Noch 29 Verlaufs zum Ziel Und der erste braucht noch 17 Ey, wir sind immer noch 8 Ich starne Und jetzt wird bitte was vernünftiges gespielt Wie war das mit vernünftig? Oh, ich hab schon mal ein Schwert Das ist schon ganz gut Das ist schon mal erste Miete Äh, ich bin hier durch Ich kann hier nicht abkommen Was soll das? Okay, was ist das Essen? Immerhin Oh, ein Steinschwertchen Noch mehr damit, oder? So, jetzt muss ich einfach bloß ganz gut kämpfen Hier hat er sich eine Axt, also ist ja klar Ich hab einen gekillt, okay Zwei Nett Hey du, ich krieg dich Brauchst gar keine Angst haben Spann es, der haut dich jetzt weg Ja, habt doch einen schönen Bogen Ich hab einen Nett Sollten wir NSG doch mal Ja, Robin Dich hab ich auch gleich Das ist nämlich nicht groß Schütz Ich hab nur 3 Kills Nett Okay Ich hab gar nichts mehr zu essen Das ist das andere Problem Ich konnte schon mal einen Hit verpassen Okay, wieder einen Ich hab 4 Kills Seit wann bin ich so gut? Seit wann bin ich halbwegs gut, ey Das geht ja gar nicht 4 Kills Das hört man euch ja Dort ist jemand Der sich verstecken will Okay Yes Platz 1 In einem Spielmodus Der mir Absolut nicht taugt Definitiv GG Also Das war Glück Und dann wirfle ich eine 2 Und eine 5 Die 2 hätte gerade nichts sein müssen Aber ich hab gewonnen In einem Spielmodus Der PvP Beinhaltet Was war los? Okay, wir sind Wenn ich's aufgericht Auf Platz 6 910 Pellner Unterschied Und der nächste Spielmodus Ich freu mich Aber jetzt ist es ja besser geworden Wir hatten ja ein Update drinnen Jetzt geht's ja nach Prozenten Das ist, finde ich, gar nicht so schlecht Kann man jetzt nicht Total verlieren Das ist schon mal ganz gut Aber Na gut Ich werde trotzdem ablosen Weil Ich kann so auch nicht Okay, das geht sogar mal Ja, 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 ja Ab Mit einem komischen Rand Sollten wir mal schauen Ach, das ist YouTube-Symbol Okay Das sollte ich sogar hinkriegen Ach, nee, hier sind sogar zwei Rand Dann musst du auch wieder aufpassen Das ist überall zwei Rand Nee Oben auch? Nee, oben ist wieder hier Okay, ähm, weiß Was? Junge, wie schnell sind man hier? Nein! 96 Prozent Ich hab neun Punkte geklagt, okay Mir hat ein Block gefehlt Was soll das? Ganz so haftig als ich Das höre ich auf jetzt Okay, jetzt sind wir auf Gelb Okay, okay Das kann ich gar nicht Aber dann ist dort immer frei Da ist Das Ja, das pink ist ganz warm Okay, dann kommt dieses Rosa Zeug Oh mein Gott, ey Wie soll das gehen? Nee, das ist falsch Hä? Ach, ja Da ist noch der Block Ja, so gut Das hierhin Das, das, das Das Das, das Das gibt's da hin Der Nein! Wieder nur wenige Blöcke Gefällt Wie schnell das manche können Ganz oft Ich hasse euch Also warte mal Hier hin Und hier 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 Die ganze Leiste lang Dort lang So Dann haben wir hier Und hier Den weiten Zahn Dunkle Hier Nein Es hat wieder Plus drei Blöcke Gefehlt Mich würde Meiner Platz Interessieren Durfte nicht Sehr, sehr Schlecht Gewesen sein Jetzt Wurfen wir auch Eine fünf Schön Wo waren Die fünfe Mitte vorher Oh, die sechsen Habe ich überhaupt Eine sechs gewürfen? Nein, habe ich nicht Was soll das? Ich finde das echt schlecht So, und wir sind Auf Platz fünf Okay, der braucht nur sechs Felser Wir brauchen nur siebzehn Also Mit einem guten Spiel Hätten wir es vielleicht Noch ran geschafft Mit so einem Spiel Eher nicht Kann man die hinten verstecken? Ja, könnte man Aber das nutzt man nicht hier Ich will keine heiße Kartoffel sein Nein Seid nicht, Fünfe? Ich sehe die heißen Gott, aber das ist gut Nein, nein, nein Oh Gott, nein Halt mir nicht auf jeden Schnee hoch Nein, nein, nein Ich glaube, ich will Bleibkorten Ganz kurz ausruhen Natürlich kommt der Nein, ich bin weg Nein Nein Schönen warten, schön warten Schönen warten Nein, schaffe ich es nicht mal Hä? Geil Ja, ich war vierter Genau Genau Ich war vierter Alles klar Ach mein Gott Ich habe heute wieder ein Pech Und wir wirfeln jetzt bitte eine Sechs Eine Vier Was soll das? Was sind wir jetzt für einen Platz? Bitte sag etwas Gutes 13 Felder hat bestimmt Nein, er hat noch zwei Felder Oh, weg gibt es Kein Bowser Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht Sieg nämlich als Föder Es wird gespielt Okay Das ist vielleicht ein besserer Spielmodus für mich Wollte ich sagen Wo bleiben die Blöcke? Ich sag, wir fangen mit blau an Sag ich einfach mal Wir fangen mit dunkelblau an Ne, mit rot Okay Das war ganz schön weiter Weg Aber wie kann man jetzt ausschalten? Was soll denn diesen roten Feldern da? Okay Okay, wir müssen hier eine gute Platzierung rausholen Eine ganz, ganz gute Aber ich denke mal Wir könnten das hier auch schaffen Wenn wir uns nicht zu blöd anstellen Jetzt kommt gelb Nein Oh, gerade so geschafft Oh, das war wahr Ist das die richtige Farbe? Ja Dunkelblau Wow Nein, wir wollen fort Rot Jetzt hat es mir ewig gedauert Dunkelblau Okay Das war eng Oh, ich wollte den bleiben schnell Upsala, das war fast schiefgang Schwarz, okay Okay Dunkelblau Uh, das ist manchmal ganz schön eng Ich bin schon mal top Gelb Da kommt es endlich Was ich gesagt habe Und ich bin erster Na, gerne doch Und jetzt auch gewinnen Das wäre doch mal ganz nett Also wir müssen ja mindestens fünf Punkte würfeln Ne, wir wollen mindestens sechs Na geil Ich schaffe es niemals Ziel Oh, die erste Sechse ist sie Noch fünf Felder bis zum Ziel Der ist drin Okay Ich bin auf Feld fünf Das heißt Ich durfte dritter sein Es ist gleich Ich bin vierter Was soll das? Okay Dann würde ich sagen Falls euch die Runde gefallen hat Lasst uns bitte eine positive Bewertung da Und dann würde ich sagen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal